herzlich willkommen zu den etwas verspäteten cana news aus dem juni ja und wir bedanken uns recht herzlich für das produkt des monats von pure light es geht los polizisten rufen wegen cannabis gesetzt die eu zu hilfe ja die deutsche polizei gewerkschaft fordert ein eu eingreifen gegen das ab 1 april geltende cannabis legalisierungs gesetz laut dem vorsitzenden rheinland können die versprochenen strengen kontrollen in der realität nicht umgesetzt werden was die basis der zustimmung der eu-kommission zum gesetz gewesen sei event kritisiert es fehler an polizeipersonal für effektive kontrollen der anbau vereinigung unter einhaltung der abstandsregeln zu schulen spielplätzen sowie auch für die mengen kontrollen des mitgeführten cannabis die bundesregierung hat bereits nachbesserung am gesetz vorgenommen die strenge regeln und flexiblere kontrollen vorsehen die zuständigkeit und durchführung dieser kontrollen bleibt jedoch unklar da ungewiss ist ob länderbehörden oder die polizei zuständig sein werden also das gesundheitsministerium verweist auf die verantwortung der länder es bleibt also spannend ja und wo wir schon beim thema kontrollen sind nrw plant stichprobenkontrollen also in nordrhein westfalen wird das landesamt für natur umwelt und verbraucherschutz kurz lanuf künftig durch stichproben den anbau in den sogenannten cannabis clubs überwachen also die neue verordnung die vom ministerpräsidenten hendrik wüst cdu dem landtag vorgelegt wurde tritt ab 1 juli in kraft und ziel ist es den wirkstoffgehalt der pflanzen zu prüfen und sicherzustellen dass der bundesweit festgelegte höchstgehalt nicht überschritten wird die bezirksregierung sind für die genehmigung zuständig während die landwirtschaftskammer die landwirtschaftlichen standards überwacht der gesundheitsausschuss muss die verordnung noch genehmigen was uns in der redaktion verwundert ist dass es nur für unter 21 jährige eine thc höchstgrenze von zehn prozent gibt für alle anderen gibt es eigentlich keine höchstgrenze aber gut mit anderen worten müssen clubs nur auf diese höchstgrenze achten wenn sie auch unter 21 an unter 21 jährige abgeben eventuell hatte cdu das aber auch nicht ganz gut verstanden der aufregung wegen konsumverbot im englischen garten seit anfang mai besteht im englischen garten in münchen ein cannabis rauchverbot welches nicht nur viele freizeit konsumenten kritisieren die regelung betrifft leider auch patienten die zum beispiel medizinisches cannabis mittels verdampfern nutzen was im garten nun auch verboten sein soll der handverband bezeichnet dies als unverhältnismäßige einschränkung der patientenrechte und auch wir rufen dazu auf vom medizinischen notstand gebrauch zu machen also bevor man gesundheitlichen nachteile zu tragen hat sollte man besser medizinieren ich glaube kein richter wird einen patienten dafür verurteilen das ist unsere auffassung ja zudem steht eine söder novelle des bayerischen gesundheitsschutzgesetzes bevor die den cannabis konsum auch im außenbereich von gaststätten verbieten soll also zum beispiel in gastgärten es gibt aber sehr viele kritiker darunter auch münchens zweiter bürgermeister dominik krause der darin eine unnötige einschränkung der freiheitsrechte sieht also die polizei und die gewerkschaft der polizei äußern dass die neuen regelungen die arbeitsbelastung nicht verringern sondern eher zusätzlich belasten und das sei außerdem auch schwer umsetzbar ja studieren wird wieder interessanter aber rauschfrei denn ab dem kommenden wintersemester bietet die fachhochschule erfurt als erstes in deutschland spezielle kurse im bereich cannabis anbau an im bachelor studiengang gärtnerischer pflanzenanbau werden mehrere module zur züchtung und produktion von cannabis eingeführt darunter ein wahlpflichtfach cannabis diese neuerung folgt der gestiegenen nachfragen nach hafprodukten und dem interesse an deren medizinischer nutzung aufgrund gesetzlicher bestimmungen wird jedoch ausschließlich thc freies cannabis verwendet ja was hoffentlich noch geändert wird ein seltener polizeiaufruf bei der polizei während der em ja die polizei gelsenkirchen hat wohl genug von alkoholisierten fans denn sie empfahl fußball fans während der europameisterschaft cannabis statt alkohol zu konsumieren um ausschreitungen zu vermeiden ja die idee war dass cannabis eher zur entspannung führt während alkohol aggression fördern kann dies teilte der polizeisprecher stefan knipp im kontext zu des hochrisikospiels zwischen england und serbien mit aufgrund der legalisierung von cannabis in deutschland seit dem ersten april lag der fokus der sicherheitsmaßnahmen auf der kontrolle alkoholisierter und potenziell gewalttätiger fans bei dem spiel wurde übrigens nur bier mit reduzierten alkoholgeld angeboten nein es gab kein hanfbier deutschland es ist soweit aber wohl noch nicht ganz angerichtet ja ab dem ersten juli dürfen cannabis clubs in ganz deutschland unter strengen auflagen mit dem anruf von cannabis beginnen sprich es gibt noch keine blüten aber es markiert einen weiteren schritt nach der teilweise legalisierung von cannabis im april die clubs haben sich intensiv auf diesen stichtag vorbereitet jedoch stehen sie vor erheblichen bürokratischen herausforderungen die einen schnellen start wirklich erschweren ja in manchen bundesländern weiß man nicht mal welche behörden für was zuständig sind es herrscht viel unwissenheit und chaos die anbauvereine müssen zahlreiche regulatorische anforderungen erfüllen und darunter die beantragung spezieller lizenzen und genehmigungen die einhaltung von mindestabständen zu schulen spielplätzen sowie der begrenzung mitgliederzahlen drogentourismus muss man vermeiden hinzu kommen regelmäßige kontrollen die durch behörden stattfinden tatsächliche aussaat des cannabis kann daher erst wochen nach der beantragung der notwendigen dokumente beginnen und es wird monate dauern bis die pflanzen erntereif sind ja traurig aber wahr und in hessen wie auch in anderen bundesländern haben sich bereits zahlreiche vereine im entsprechenden register angemeldet um die nächsten schritte zur erteilung einer anbaulizenz voranzutreiben die bearbeitung der anträge wird erwartet innerhalb von drei monaten abgeschlossen zu sein vorausgesetzt alle erforderlichen unterlagen liegen vor er der betritt der prozess selbst ist komplex und die stimmung unter den club betreibern ist gedämpft da sie mit erheblichen staatsschwierigkeiten konfrontiert sind die infrastruktur für den anbau wie anbau hallen mit entsprechenden technischen voraussetzungen muss ebenfalls professionell vorbereitet werden was zusätzliche investitionen und auch sicherheitsmaßnahmen erfordert zusammenfassend lässt sich sagen dass die cannabis anbau clubs in deutschland nun gesetzlich den anbau starten dürfen jedoch eine reihe von hürden überwinden müssen bevor sie tatsächlich tatsächlich mit dem anbau beginnen können also die ersten cannabis ernten werden daher noch einige zeit auf sich warten lassen angeblich steigender cannabis konsum in österreich ja nach der teil legalisierung in deutschland beobachten experten einen trend zu erhöhten cannabis konsum in österreich also die experten möchten wir gerne mal kennenlernen die sucht und droben koordination wie registriert verstärkt das interesse und fordert eine regulierung des verkaufs denn in österreich bleiben cannabis produkte mit thc illegal lediglich cbd produkte sind erlaubt zudem wird der anstieg im konsum synthetischer cannabine verzeichnet die gesundheitliche risiken wie erbrechen und psychotische zustände werden können experten betonen die notwendigkeit einer regulierung und den verkauf und konsum effektiver steuern zu können wir hoffen auf eine schnelle und vor allem patientenfreundliche umsetzung in österreich da es leider hier in österreich bislang nicht mal cannabis blüten in den apotheken gibt zum leid vieler suchender patienten ja und da es noch nicht legal ist wurden in wien derweil 171 kilogramm cannabis gefunden ihr beamte des landeskriminalarbeiter das wien haben am dienstag im bezirk wien landstraße 171 kilogramm cannabis und 227 jährige tatverdächtige festgenommen das cannabis wurde übrigens bei der durchsuchung eines fahrzeugs entdeckt einer der festgenommen hatte zudem 15.000 euro kleingeld dabei nach intensiven ermittlungen wurden die beiden serbischen staatsbürger festgenommen und verweigerten jede aussage sie befinden sich also nun in untersuchungshaft derweil führen ihre kollegen das geschäft weiter ja in slowenien bald sterbehilfe und cannabis erlaubt in slowenien haben die bürger am sonntag in einer volksbefragung für die legalisierung von cannabis zu medizinischen zwecken und für eingeschränkten privatkonsum gestimmt also während 66,5 prozent der cannabis nutzung für medizinische zwecke zustimmen erhielten der eingeschränkte privatkonsum unterstützung von etwa 50 prozent der wähler also die genaue ersetzliche regelung dieser frage ist noch offen zudem befürworten 70 prozent der wähler die einführung einer vorzugsstimme bei parlamentswahlen und für das recht auf sterbehilfe für unheilbare kranke bestimmte auf 54 prozent die regierende freiheitsbewegung ihre koalitionspartner die die referenten unterstützen plan diese wähler entscheidung bis jahresende umzusetzen und jetzt noch kurz nach brasilien der cannabis wird nicht mehr so hart bestraft denn die brasilianische regierung hat eine bedeutende änderung der drogenpolitik vorgenommen der besitz von kleinen mengen marihuana wird nicht mehr als straftat sondern nur noch als ordnungswidrigkeit behandelt dies entschied der oberste gerichtshof des landes die exakten mengen die als persönlicher bedarf angesehen werden sollen in kürze definiert werden ja der gerichtspersident luis roberto beroso erklärte dass diese maßnahme nicht als legalisierung des drogenkonsums zu verstehen ist vielmehr ist es ein versuch auf die zunehmende drogenepidemie in brasilien effektiver zu reagieren also bisher strategien haben leider nicht zu den gewünschten erfolg geführt da der drogenkonsum und die macht des drogenhandels leider weiter zugenommen haben ja die entkriminalisierung könnte auch zur entlastung der überfüllten brasilianischen gefängnisse beitragen aktuell sind fast 840.000 menschen inhaftiert womit brasilien gemessen an seiner bevölkerung von etwa 210 millionen einer der höchsten inhaftierungsraten weltweit aufweist noch eine kurze meldung zum abschluss aus england ja nicht cannabis sondern synthetische cannabinoide fordern erste todesopfer ja wir waren weiterhin denn es kommt immer wieder zu vorfällen mit halb oder voll synthetischen drogen wie spice hc und ähnliche substanzen unfassbar denn die erste 23 jährige studentin aus london stirbt direkt nach dem konsum von gummi bärchen mit synthetischen cannabis eine 23 jährige studentin aus ilford london verstarb nachdem sie ja ein mit synthetischen cannabis versetzt gummi bärchen gegessen hatte sie hatte das produkt über eine app gekauft kurze zeit nach dem verzehr erlitt sie hirn schäden und mehrere herz stillstände die zu ihm tot führten ja die gerichtsmedizinerin dr shirley red live bestätigte dass die toxität der als beißt bekannten synthetischen cannabinoide die todesursache war in diesem sinne bleibt gesund und legal passt auf was ihr zu euch nimmt ich freue mich auf eure kommentare und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin